Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Immer mehr Wissenschaftler glauben, dass der Kontakt nicht mehr jenseits unserer Träume liegt. Sondern ein Ereignis in der Geschichte der Menschheit ist, das womöglich innerhalb der Lebensdauer von vielen von uns auftreten wird. Seit 20 Jahren befinden sich auf dem Mars Rover. Ich frage mich, was diese hier gefunden hat. Diese Probe ist ein riesiger Einzeller, eindeutig biologischer Natur. Der erste unwiderlegbare Beweis für ein Leben außerhalb der Erde. Ich bin endlich Daddy geworden. Das wird ein Riesensorgerechtsstreit. Es ist wunderschön. Die Art und Weise, wie wir zum ersten Mal auf Leben außerhalb der Erde stoßen, könnte all unsere nachfolgenden Beziehungen festlegen. Wir dürfen niemals die fatalen Auswirkungen vergessen, die wir auf unzählige Völker dieser Erde gehabt haben. Menschen, die uns vertraut haben. Die uns verteidigt haben. Und die wir durch unsere Gedankenlosigkeit zerstört haben. Das Leben, das wir kennen. Wir wissen nicht, wo sich die Probe gerade befindet. Wir wissen nicht, was es ist. Wenn das hier jemals auf die Erde gelangt, erst kennen wir das gesamte menschliche Leben. Wir verlassen die Umlaufbahn. Du weißt nicht, was es tun kann. Das Leben, das wir kennen. Das Leben, das wir kennen. Vielleicht müssen wir genau dort ansetzen. Bei uns selbst.